Schönen guten Tag, mein Name ist Elke Hammer. Ich bin leitende Oberärztin in der Kinderklinik der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Wir sind eine Kinderklinik, die sich um Kinder jeden Alters kümmert, von den Neugeborenen bis zu den 18-Jährigen und bieten eine Betreuung für ein ganz großes Spektrum von Erkrankungen an. Ich selbst bin Kinderendokrinologin und Diabetologin. Wir können Kinder mit Diabetes auf der Station betreuen. Wir haben eine große Tagesklinik, wo wir auch verschiedene Möglichkeiten haben, Kinder mit endokrinologischen Erkrankungen zu sehen, mit Adipositas und auch Diabetes-Schulungen tagesklinisch anzubieten. Untertitelung des ZDF, 2020